Hier sehen wir die Rezeption. Es ist 24 Stunden, hier gibt es ein Sektchen. Hier sitzt die Gästbetrunnerin. Wenn man Fragen hat, kann man hier einen Tisch geben, kann nachfragen. Es ist dran haupt schön hier. Hier sind die Aufzüge, wo man hochfahren kann. Und hier hinten geht es direkt in den Speisesaal rein. Und hier hinten ist die Bar.